das ist eine dunkle gasse eine dunkle gas die hell erleuchtet ist okay ist das supermarket erstmal essen und duschen wunderbar wunderbar wenn das muss essen werden wir erst mal was duschen wieso kann ich eigentlich nicht aufs klo gehen ich muss doch bestimmt auch rechnungen bezahlen jetzt habe ich nur noch hunger hier ein bisschen kaum noch essen ja ja um oh my god okay nein 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 alles gut wieso hat man eigentlich kaffee wohnen im kühlschrank mehr leute würden kommen wenn es toilet ja schon er wäre schön wc schütt an der tür wäre es ist doch ein star raumparf ja ich muss erst mal wieder im supermarkt finden okay ein mob klobürste toilettenpapier teuer möchten einen mob na was ist das problem wir brüchten einen mob wir brauchen unbedingt dann toilette zwei mal scheiße ich muss das ausgeben wir brauchen einen mob wobei komm wir machen es anders was er hat gesagt raum warum also kriegt der raumparf warum ich das auch in die toilette sind was ist denn jetzt hier hey ich trage es ja schon ich habe geld ah und der bärchen aha so reicht es wenn ich nur Achtung man kommt also reicht es wenn ich nur eins kaufe ach schön ja kann mir auch jemand sagen oder nicht so schön ha ha ja muss jetzt halte ich mal hier so du bist meine reserve es ist eigentlich voll easy okay guten tag nein komm ruhig komm doch ruhig irgendwie macht das ein bisschen spaß und dann toilette man muss leider investieren um scheiße ich habe kein schild in einem wc schuld her so ja ja okay ja 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 ich würde sehr viel kohle hier machen ich bin eigentlich so ich verstehe manchmal simulatoren nicht aber hier ja das macht spaß ich schon sagen aber jetzt ist mir gerade was eingefallen soll ich das so lange sprühen bis ich bis der kreis anscheinend habe ich gar nicht gerafft da kann das da einstellen ok wo krieg ich denn so ein wc schild her baumarkt ha 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 wo ist denn der baumarkt wo ist denn der baumarkt Ach da, irgendwo an einem Kaffee vorbei. Hier. Dort. Da rein. Ich will gerne ein WC-Schild. Das ist ein Schraubendreher. Das ist ein... Ja. Ich habe kein WC-Schild. Hier gibt es keins. Was will er von mir? WC-Schild bitte. Ja. Ich habe hier ein... Durch den Blackout. Aufsteht. Hier darfst du deine Geschäfte erledigen. Ja. Aber ja, stimmt schon. Hier ist ja kein... Gut. Ich würde mal behaupten, der Dude geht jetzt erstmal heim. Ich wüsste, wo es nochmal war. Ja, hier war es. Hey. Okay. Okay. Was war da? Hey. Oh mein Gott. Wie da gerade ist das? Das hat sich aufgehangen, aber es hat nur gespeichert. Ich bin auf die Nacht durch. Ich kann nicht pennen. Nein. So. Erstmal gehen wir unter die Dusche. Was mir jetzt mal eingefallen ist, aufgefallen ist. Wir haben ja überhaupt gar keine Musik hier drin. Ich gucke gleich mal. Ich mache nachher mal ganz kurz einen Aufnahmestopp. Na, und dann gucke ich gleich mal, ob ich irgendwelche Musik gleichzeitig laufen spielen lassen könnte. Damit das nicht so allzu ruhig ist. Ja, auch gerade ist aufgefallen. Wollen Sie aufs Klo? Echt schön. Wo kriege ich denn einen? Guten Tag. Ah, toll. Ja, die Leute kommen nicht. Wo kriege ich denn einen WC-Schild her? Ja, hier ist es so. Ich bin ja. Ich bin ja. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Kommen sie? Kommt ihr auch? Really cool. Oh fuck. Es wäre schön, wenn ein WC-Shit für wäre. Ja. Nein, Leute. Habe ich doch gemacht? Ich habe doch parfümiert. Guten Tag! Ich wollte sagen, das ist Männerklo. Ich muss echt gucken, wo ich ein WC-Shild herkriege. Im Baumark anscheinend nicht. Wenn ich so was im Supermarkt habe, wenn ich mich jetzt gerade komisch anhöre, denn ich habe mir gerade die Nase zu. Ich weiß aber nicht, warum. Ich bin nur gerade am Nachdenken. Aber irgendwie, ich habe keine Ahnung. Supermarkt? Da gibt es aber gar keinen Sinn. Kann ich die hier irgendwo bestellen? Kann ich noch nicht mieten. Klempner kann ich grünen. Okay, Briefkast. Irgendwas? Okay. Guten Tag! Hä? Böse geguckt? Mächtig böse geguckt. Bühne ist auch gelernt, dein junger Mann. Bühne ist gelernt, dein junge Frau! So, hier ist wieder ein bisschen gecotet worden. Ah, ja. Da? 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 Ah! Und der Bärchen. Oh, mach ich mal hier wieder öde Toilette. Warte mal. Will ich das auch machen? ist alles gut duftig? Ah! Ah! Ich muss überall springen, wo der Icon ist! Schön! Ah! Okay! Dann gucke ich gerade mal im Supermarkt. Vielleicht finde ich da wirklich ein Toilettenschild, was ich auch gar nicht verstehen würde. Und, äh... davon abgesehen... Keine... da auch noch leben können wo kriegt man denn sowas her äußerst schnell dunkel hier ist das geht die hillen wieder auch hin wo kriegt man denn so ein toilettenschild her kostet das was ist das wie bei sims ja scheint nicht nicht jeweils das ist das was schon drauf ist das sieht aus oder weißt du was ich mache das jetzt einfach mal sieht weird aus aber ich mache das jetzt einfach mal das war für vorne ich so auch mein gott aber nicht falsch verstehen ich weiß dass das scheiße aussieht nein wir machen das so ist okay das ist okay das ist ein scheiß aus das darf scheiße aussehen aber ich verstehe immer noch nicht kriege ich denn und passt voll nicht hierzu wo krieg ich denn jetzt ein toilettenschild her dieses hier komfort minus eins darf ich hier ein toilettenschild bestellen ein toilettenschild bc 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 wieso habe ich hier komfort zu wenig die ganze zeit gerade das nervt nicht gerade voll ich will doch nur ein wc schütt nicht so was her ja hallo hallo wie geht es dir nicht schlecht du bist der mann der mir geholfen hat ich besitze da drüben eine öffentliche toilette die du benutzen kannst wenn immer du willst danke das wäre sehr gut trotzdem hat mich nicht gut behandelt ich habe alles verloren nachdem ich meine finger verloren habe warte ich hoffe behandelt dich gut was das wirklich komische finger gerade das geschäft zahlt sich gut aus aber die strom- und wasserkosten sind zu hoch ich weiß sehr gut wie ich diese kosten senken kann kannst du mich unterrichten ja aber denken sie nicht wir sollten zuerst unsere freundschaft verbessern willst du was essen ich bin am verhungern etwas zu essen wäre toll ich kaufe sie die bohne ich habe den alten mann voll vergessen ja was geht ich kaufe meine lieblingsbohnen einmal ja könnte er mir auch ein wc schild machen irgendwie ok bitte kannst du mich unter klar nimm einen schraubendreher und komm her auf uns den schraubendreher schon wieder gespeichert ich muss essen und ich brauche etwas eine achse für das schraubendreher mhm hm few u call of duty toiletten schiss wo hast du schrauben sie hier jetzt zur schalttafel gehen sie zu scheitern kannst du mich wieder richten oh oh wow ah